Yo Freunde, was geht ab? Seit, ich glaube, ungefähr 12 Wochen oder so, habe ich hier kein Video mehr auf diesem Kanal hochgeladen. Das werden wir heute mal ändern. Und zwar gibt es heute ein kleines Special-Video zu meinem Gaming-Setup, meinem Gaming-Zimmer, was ich ja gerade im Keller baue. Wer nicht weiß, um was es geht, klickt mal oben rechts auf die Infokarte. Dort verlinke ich euch die gesamte Playlist, wo ich auf meinem Hauptkanal erklärt habe, was ich da mache und auch schon angefangen habe, da zu arbeiten. Auf jeden Fall hattet ihr ja auf Instagram, wenn ihr wissen wollt, wie ich auf Instagram heiße, einmal hier abchecken. Hier blende ich es euch gerade ein. Ihr hattet ja die Möglichkeit, auf Instagram mir die verschiedensten Ideen und Vorschläge zu schicken, was in dieses Gaming-Zimmer rein soll. Und da waren ein paar Sachen dabei, da dachte ich mir, ernsthaft jetzt? Insofern schauen wir uns heute eure Antworten an, die ihr mir auf Instagram gegeben habt, auf die Frage hin, was eben in das Zimmer rein soll. Und als erstes schreibt Manuel, LED oder ein Hashtag Hype-Schild? Ein Hashtag Hype-Schild habe ich jetzt im Internet nicht gefunden. Wenn es eins gibt, schickt mir das auf jeden Fall mal. Ja, und LEDs, haufenweise. Ich glaube, ich habe insgesamt 12 Meter Philips Hue verbaut, plus noch eine Deckenlampe von Philips Hue und noch ein paar andere Sachen. Also, da kommt schon ordentlich LED rein. Man darf es aber nicht übertreiben, weil sonst sieht es aus wie so ein Kirmes und das wollen wir natürlich nicht. Autizock schreibt, ein TV, coole Lampe, Beleuchtung, aber nicht zu sehr Kirmes. Eine kleine Couch, falls du mal Besuch hast. Ein Fernseher kommt nicht rein, dafür aber ein Beamer, der hängt auch schon, wie man in dem Video gesehen hat. Eine coole Lampe. Die Lampe ist übel geil. Die hat einfach so vier unterschiedliche drehbare Lampen in der Lampe. Wisst ihr, was ich meine? Und die kann ich alle separat steuern, verschiedene Farben und alles. Also, das ist wirklich extrem geil. Dann, Lauter Toe schreibt, ich soll einen Sandwich Maker reinstellen. Wir haben einen Sandwich Maker, aber ich bin einen Stock weit drüber, habe ich eine ganze Küche. Da macht es wenig Sinn, einen Sandwich Maker, den ich dann sauber machen muss und alles im Gaming-Zimmer zu haben. Somit gehe ich da einfach einen Stockwerk höher. Somit ist ein Sandwich Maker jetzt nicht unbedingt so das, was ich da als erstes reinstellen will. Felix schreibt, wir sollen den Kürbis reinstellen, okay? Das ist natürlich eine berechtigte Idee, denn, wer es nicht weiß, an Halloween hatte ich letztes Jahr so einen richtig fetten 2x5 Meter, ne, so groß war er nicht, 2x2 Meter Kürbis oder so in meinem Zimmer rumstehen. Den könnten wir natürlich wieder dann während Halloween da unten reinstellen, wenn es dann um den Halloween-Special-Livestream geht. Da können wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Von GTA ein großes Bild schlägt der Nado vor. Das ist in Arbeit. Ich habe eine befreundete Designerin das Ganze in Auftrag gegeben. Die malt mir jetzt ein komplettes Bild zu GTA und das werde ich dann auf einer großen Leinwand entweder malen lassen oder drucken. Und so 2x1 Meter, also das Ding wird schon richtig, richtig fett und das kommt da auf jeden Fall rein. Ich wollte auf jeden Fall ein Bild haben, was individuell auf mich zugeschnitten ist, ja, was man nicht einfach im Internet kaufen kann. Und zweitens aber auch, was richtig groß und einfach geil ist und natürlich auch Bezug zu GTA hat. Und das kriege ich natürlich nur, die alle Sachen in einen Schuhkasten sozusagen, wenn ich das Ganze designen lasse und nicht einfach fertig kaufe. YouTube-Krieger hat die Frage auf jeden Fall verstanden. Auf die Frage, was soll mein Gaming-Zimmer, hat er geschrieben. Ein Gaming-Zimmer macht auf jeden Fall Sinn. David schreibt, es soll eine Minibar rein. Das wird auch reinkommen. Also, was heißt Minibar? Ein Kühlschrank kommt rein. Ich habe ja diesen Koda-Kühlschrank. Und der kommt auf jeden Fall von meinem Zimmer, der jetzt im Moment steht ja noch da hinten in der Ecke. Und der kommt auf jeden Fall dann da runter in den Keller. Jan-Luka sagt, ich soll da einen Whirlpool reinstellen. Ja klar, wer hat nicht in seinem Gaming-Zimmer einfach einen Whirlpool stehen? Wahrscheinlich, oder? Nanolive soll ich reinstellen? Habe ich auch schon angefragt. Beziehungsweise, ich habe ja welche. Seht ihr ja da? Das sind diese gelben Dinger. Aber die will ich hier drin lassen. Und für mein Gaming-Zimmer bräuchte ich dann im Prinzip neue. Ja, ist in die Überlegung wert. Aber die sind halt asozial teuer. Ja, deswegen muss ich da mal überlegen. Ein lila Teppich, schreibt die Julia, soll ich reinlegen? Ne, der ist auch schon einer drin. Der ist grau und da kommt auch kein lila Teppich rein. Aber danke für diese kreative Idee. Entweder Tapete oder Wandstreichen, LEDs und Schaumstoffmatten. Schaumstoffmatten, damit meint er diese Akustikmatten, damit es weniger Halt, kommen an die Tür und vielleicht noch so aus gegen die Wand, gegen die ich im Prinzip rede. Also wo der Schreibtisch dran steht, damit es weniger Halt. Bei den Aufnahmen und in Livestreams und im Haus leiser ist. Weil die Tür dann doch relativ undicht ist. Ne Tapete kommt nicht rein, weil wir da Probleme haben im Keller mit Feuchtigkeit. Und die Außenwände darf ich auch nicht streichen und so. Ich muss sagen, diesen Betonlook finde ich aber auch gar nicht schlecht. Es sieht in den Videos nicht ganz so geil aus, wie es in echt aussieht leider. Aber das ist eigentlich schon echt nice. Und die anderen Wände könnte ich streichen. Aber da bräuchte ich irgendeine Spezialfarbe und da hatte ich jetzt keine Lust. Vor allem keine Zeit vor dem Studium, wollte ich das ja alles noch fertig kriegen. Deswegen wird das da relativ schwierig. Marcel schreibt, Wasserautomat. Ja, ich packe mir einfach ein paar Wasserflaschen in den Kühlschrank. Das sollte dann eigentlich passen. Ist ein bisschen einfacher und noch ein Wasserautomat zusätzlich. So viel trinke ich ja nicht. Ich bin ja alleine in dem Zimmer in der Regel. Die Franny schreibt, ich soll Pflanzen reinstellen. Auch das wird eher schwierig, weil es da sehr, sehr dunkel drin ist und die Pflanzen alle sterben würden. Ich meine, hier oben ist es relativ hell normal. Und wenn ich nicht die Rolle in unten habe, wie jetzt. Und die verrecken hier schon. Höchstens so einen Weihnachtsbaum wie hier. Der könnte rein. Leonard schreibt, ein Beamer mit Leinwand. Der ist ja auch schon drin. Insofern, das passt. Mike schreibt, Amazon Gutscheine für deine Community-Verlosung. Die Frage hat auch er hier, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Tim schreibt, keine Tapete. Sieht dick geil aus so. Sehe ich genauso. Deswegen lassen wir das. Yo, Tiger sagt, Plakate an die Wand. Plakate werde ich mir nicht reinhängen. Das sieht, finde ich, nicht ganz so geil aus. Wie gesagt, ich habe so Leinwände, lasse ich drucken. Und das alles mit eigenen Motiven. Und dann sieht das, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil aus. Ein Fitnessraum. Wir haben so ein Fahrrad. Das könnte ich da reinstellen. Da kann ich einen Film gucken oder so. Und dabei auf diesem Fahrrad im Keller fahren. Tim sagt, ich soll noch die GTA-Karte reinhängen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Vielleicht lasse ich mir die aber auch drucken auf eine Leinwand. Das sieht immer ein bisschen geiler aus als dieses normale Papier. Lukas sagt, ich soll einen Schokobrunnen reinstellen. Alter, auf was kommt ihr für Ideen? Das war eine ernst gemeinte Frage. Was soll da rein? Und ihr sagt Schokobrunnen. Erstens, ich esse keine Schokolade. Und zweitens, wer soll den sauber machen? Und drittens, wer soll den benutzen? Markus hat gesagt, ich soll das Ikea-YouTube-Standardregal reinpacken. Das ist dieses Kachel, dieses Schachbrettregal. Ähm, ja, hatte ich überlegt. Aber das ist, passt einfach nicht rein. Also, das passt einfach nicht zu dem Stil in diesem Zimmer. Benjamin sagt, ein Kühlschrank von Red Bull. Haben wir nicht, von Coca-Cola. Finde ich, ist aber auch sehr, sehr gut. Ein fetter Gaming-PC. Ja, mein PC ist eigentlich schon ziemlich stark. Der kommt dann da runter einfach. Das ist der, auf dem ich im Moment zocke, der hier in diesem Zimmer ist. Peanut sagt, ich soll einen Fitness- oder Kinoraum draus machen. Ähm, Fitness, nicht wirklich. Ich habe vom Verein aus ein eigenes Gym. Das lohnt sich nicht. Und ein Kinoraum ist schon drin. Wir haben Dolby 5.1 im Moment drinnen. Und, ähm, ja, mit dem Beamer eine riesen Leinwand. Und mit den Philips Hue sieht es schon echt geil aus wie im richtigen Kino. Also, das ist schon ziemlich geil. Ich werde auf meinem Hauptkanal dann nochmal so ein abschließendes Video machen, wo ich euch das dann fertig einmal zeige. Das wird aber noch 1, 2, 3 Wochen dauern. Ähm, das wird aber ziemlich, ziemlich nice. Dann ein Aquarium wird hier vorgeschlagen. Hatte ich echt überlegt. Aber das Problem ist, dass die Viecher garantiert verrecken werden bei mir. Also, ich bin wirklich, ich werde das einfach vergessen. Ich werde einfach vergessen, diese Tiere da zu haben. Und, ja, und es klingelt meine Hauswarttür. Seht ihr, und da kommt gerade der, äh, Couchtisch, den ich bestellt habe. Und seht ihr mal, also ich arbeite jeden Tag an diesem Zimmer noch. Ein Gaming-Stuhl soll rein. Habe ich genau den hier nochmal. Also, der kommt runter. Und genau den gleichen habe ich nochmal. Der kommt auch in den Keller, falls noch Freunde da sind oder so. Oder wird zu zweit am PC sitzen, soll es einheitlich sein. Und da kommt genau der hier nochmal. Frag, dann sagt, ich soll einen Dönerspieß reinstellen. Ja, das wäre eine Idee. Da gäbe es auf jeden Fall sehr viel Döner bei mir. Das Problem ist nur, den schaffe ich nicht allein, glaube ich. Luis schreibt, ich soll eine Popcorn-Maschine reinstellen. Auch das lohnt sich irgendwie einfach nicht, weil ich nicht so viel Popcorn esse. Und wenn, dann hole ich mir einfach, ähm, so ein Fertig-Popcorn, schmeiße es in die Mikrowelle und fertig. Ähm, ich glaube, das ist dann für das zweimal im Jahr oder so deutlich entspannter. Ja, Valentin sagt, ich soll Leben da reinpacken. Auch das wünsche ich mir eigentlich nicht. Ich will da keine Spinnen und Kakerlaken in diesem Zimmer haben. Und zu guter Letzt hat der Simon noch gesagt Fitnessstudio, was wir schon gehört haben. Und eine Sauna. Meine Freundin hat eine Sauna. Insofern ist es nicht ganz so wichtig, dass ich auch eine habe. Deswegen, die brauche ich nicht. Und die würde auch viel zu viel Platz verbrauchen. Nun gut, Freunde, das waren jetzt eure Ideen, die ihr mir geschickt habt. Ein paar Sachen sind einfach dabei. Da denkst du dir so, Alter, also ein Dönerspieß zum Beispiel oder eine Popcorn-Maschine. Okay, das Popcorn-Maschine ging noch. Aber ein Dönerspieß, ernsthaft. Ein paar Sachen aber auch sind gute Ideen, die ich auch einbringen werde. Ich habe euch jetzt hier noch ein bisschen erklärt, was ich so vorhabe und was so in Arbeit ist, was der aktuelle Stand ist. Und ja, dann hoffe ich, dass euch dieses kleine extra Special-Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert hier auch meinen Zweitkanal. Jetzt bin ich raus. Haut rein. Bis bald. Und ciao. Bis bald. Bis bald. Untertitelung. BR 2018